Narasimhasana ist die Mensch-Löwen-Stellung oder auch die Stellung von Narasimha, einer Inkarnation von Vishnu. Die Stellung wird manchmal einfach nur als Simhasana bezeichnet oder Yoga-Simhasana. Annika bei Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht. Komme zur Zehenspitzenstellung, gib die Knie auseinander und die Knie auf den Boden, gib dabei die Fingerspitzen auf den Boden, mache so wie Krallen mit den Fingern bzw. wie der Löwe seine Tatzen, seine Pranken auf den Boden hat und dabei die Krallen ausgefahren hat. Dann wölbe den Brustkorb nach vorne, gib den Kopf leicht nach hinten, strecke die Zunge raus und schaue nach oben und runzle dabei auch die Stirn, gib die Augenbrauen nach oben. Du kannst aber auch einatmen und die Luft anhalten mit Mula Bandha und spüren, wie das Prana nach oben geht. Du kannst auch Narasimhasana eine Weile halten, indem du das mit Plavini kombinierst. Du hältst die Lungen relativ voll und bei gefüllten Lungen atmest du sanft ein und aus und bringst deine Konzentration zum Punkt zwischen den Augenbrauen und der Mitte der Stirn. Die Stellung sieht etwas lustig aus, hat aber tiefe energetische Wirkung, gerade wenn du sie zwei, drei Minuten lang hältst. Probiere es aus, schreib es in die Kommentare, wenn es dir gefällt, klicke auf Gefällt mir. Mehr zu Simhasana findest du in den Yoga-Vidya-Seiten yoga-vidya.de sowie in der Yoga-Vidya-App. Annika, Eduard und Sukadev wünschen dir viel Freude beim Yoga. Du kannst du in der Türstattung. du kannst du in die Türsteigernos, und du kannst du in der Türsteigernos,